Hallo Leute, heute spielen wir mal ein bisschen Titan Souls. Ich habe auch jetzt immer noch keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe gehört, dass noch ziemlich viele Buskämpfe drin sind, die richtig hart sein sollen. Auch wenn es das jetzt ein bisschen nach Urwald anhört. Gucken wir mal, was passiert, wie die Steuerung geht. Keine Ahnung. Kann ich irgendwas ändern? Ne, Start. Gucken wir mal. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Pfeil und Bogen. Und... Was passiert jetzt? Nichts. Okay. Ah, ich steuere mich jetzt... Ui. Ah, kann ich Bogen. Ach, ich habe nur einen Schuss jedes Mal und kann jetzt den Pfeil zurückholen. Ei, ei, ei. Okay. Also eigentlich gibt es nur Rollen und Bogen. Ja. Es gibt Rollen und alle anderen Tasten sind Bogen schießen. Das ist immer einfach. Drücke X umschießen. Ja, das habe ich schon ausgefunden. Und jetzt wehe ich uns... Ja, es... Ja, es ist... Nicht das Auge an. Okay. Ist ja jetzt noch ganz human, würde ich mal sagen. Drücke A zum Abrollen. Ja, das habe ich schon... Halte A zum Laufen. Hä? Bin ich schneller? Bin schneller, ne? Ja. Ja, ich bin schneller. Okay. Ist doch nicht so, dass ich eben die Tür schon killen musste, aber okay. Und hier haben wir eben so ein Portal, glaube ich, ne? Ah, Checkpoint bestimmt. Also... Wird, glaube ich, ziemlich hart werden mit meinem Pfeil. Ich frage mich, wo gehen wir jetzt hin? Das ist alles Level oder was? Okay. Jetzt haben wir hier. Der N-Boss wahrscheinlich, ja? Eieieieiei. Wenn jedes... Jede Türen Level ist, das ist, glaube ich, ziemlich hart. Komm, da sogar eine Faust. Gut, fangen wir mal mit der ersten Tür an. Macht ihr auf den ersten Blick einen... ...übersichtlichen Eindruck. Und man versteht auch, was man tun muss. Okay. Schon ein dreckiger Boss oder was? Ach, die Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Die kommen wieder zusammen. Nein, die kommen nicht zusammen. Soll ich denn so viele mit... Kann ich mit dem Fall spammen? Ah! Ja, danke. Oh, ich kann hier auch backwards angreifen. Also so und... Nicht? Ihm ging's auch. Oh shit. One life? Ei, 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 ei. Das ist ja... Das ist ja hart. Oh! Oh! Ich war beim ersten Part, wenn ich nur zwei im Buskampf... Kann ich schneller... ...mit einem Pfeil? Ne, wenn man mit aufladen. Oh oh. Hey, mal geht's mal nicht. Ich dachte ihm wieder... Wie das Metallstück ist, wahrscheinlich. Oder Spitzestück. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Das ist Schafe. Ah! Was jetzt? Ah! Ich seh schon ein Rage-Game. Aufploppen. Ei, 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 ei. Ist ja schon Dark Souls-Haft. Was ist das? Ist das... Ob das was wird? Aber die Kreatur ist doch immer woanders. Ah, vielleicht soll ich mir mehr Zeit lassen. Vielleicht bin ich einfach zu schnell. That's what is it. Zack. Reht ihr? Ich muss mir Zeit lassen. Lauf! Wenn das so weitergeht, dann... werde ich das Spiel ja nie beenden. Ich fang... Ich fang ja... ...mein Hauptfokus... ...auf... ... ... ... ... ... Stein richten. Oder das Herz. Das Problem ist, wenn ich zu weit wegschieße, dann kriege ich den Pfeil nicht auf einen Rutsch eigentlich. Guck, wie, wie, sind die jetzt überall? Braucht er mir noch einen Treffer? Ha! Yes! Hat keine 10 Minuten gedauert. Und jetzt? First Blood! Nice! I believe! Explosion! Okay, das hat sich jetzt geändert. Nichts? Okay. Das ist jetzt ein bisschen mysteriös. Muss ich jetzt hier wieder speichern? Ah! Da hat sich was getan. Tatsächlich. Die Lampe ist angegangen. Haben wir denn hier? Kein Boss ist zu schwer für mich. Oh Gott. Ein Auge, oder? Nein. Ich wollte jetzt nicht den Boss nicht normal machen. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Abstand halten. Was ist mit dem los? Erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong. Ich gehe meistens eigentlich davon aus, dass die drei Leben brauchen. Okay. Bin ich jetzt kleiner geworden? Nee. Ja, aber es ist jetzt doch glitchy, oder? Ich wollte sagen, das ist ja der Ausgang. Er blockt den Weg. Da muss ich jetzt wieder speichern. Ich glaube, der speichert so. Der Boss war ja jetzt einfach. Das sah zwar nach viel... nach viel Bling-Bling aus. Aber... Nee. Das war easy. Jetzt haben wir hier ein Gehirn. Mother Brain. Da fuck! Damit kann doch keiner rechnen. Druck klettern? Ich helfe. Krass. Ich glaube, aber nicht, dass das Spiel zu Ende ist. Ich passe mich noch jetzt ins Wasser gehe. Nichts? Zeh'n was? Na. Ich kann nur schwimmen. Los! Mama muss der Brain platt. So. Die Kampf-Aren ist aber ganz schön klein. Oh shit. Ah. Okay. Ah! Hä? Wieso ist das Feuer ausgegangen? Oder reicht mein Gewicht nicht? Mein Gewicht reicht nicht. Doch. Hä? Reicht jetzt mein Gewicht oder reicht mein Gewicht nicht? Das ist verwirrt. Das ist verwirrt. Das ist irgendwie nicht so schön gelöst. Ich darf den Pfeil nicht direkt holen. Nein. Nein. Nicht da hoch. So. Und jetzt? Holy shit. was soll das gehen? Der ist niemals so schnell, dass er... Ach. Danach. Muss er irgendwie... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mein Spiel ist schon, glaube ich. Ich muss den Part auch langsam beenden. Mann, ich habe ja schon zwei Böse gecleared. Von wahrscheinlich wesentlich mehr. Ich glaube, das ganze Spiel sind Bosskämpfe. Aber der ergibt sich mir nicht, der Boss. Hey. Ich muss ja... Nein. Ich werde meine Part. Weil ich bin, glaube ich, schon längst über der Zeit. Ähm. Ja. Und wird, glaube ich, eine Herausforderung sein. Besonders diese Bosskämpfe von eben zu verstehen. Ähm. Ja. Mal schauen, wie ich mich weiterhin schlage. Ob ich es weiterspiele. Ich denke schon. Ähm. Ja. Dann mal bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.